Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners. Steiner konnte nicht über die Kräfte für einen Angriff finanzieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Jeder hat mich verlogen, sogar die US. Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederpressiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge! Verreicher und Versager! Die Generalität ist doch geschmeißenes deutschen Volkes! Die Stadt Feiglinge! Verreicher und Versager!